So, für uns das erste Video machen wir das A, B, C, ok? Aha. Ja. So. A. Ich will nicht gucken, ich will hier zuschauen. Ja. B. C. Ich mach das dann richtig toll. Ja. D. E. Bravo, Melissa. E. Und dann? F. F. G. G. A. H. I. Dann? J. J. K. L. N. 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 Bravo, Melissa. C. N. 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 O. P. I. T. Q. 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 S. R. S. S. I. T. 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 U. U. V. 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 D. D. Und dann ist Y. Y. Und? Und? U. Z. Z. Nein, da fehlt was. Das ist Y. Haben wir schon. Du hast es recht. Wir haben Fals geschrieben. X. Y. Und? Z. Und jetzt lesen wir dann folgen. H. I. J. Und jetzt lesen wir dann folgen. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. A. S. Der. U. W. Y. Z. U. Hey. So, jetzt wir machen die Buchstaben mit Wörtern. A. Wie Apfel. B. Wie Baum. B. B. A. Okay, das sieht auch aus wie ein Brokkoli, aber Brokkoli fängt auch mit B an. wie ein computer a b c d wie ein leckerer Donut e wie eine Ente und wie ein fisch und wie ein fisch d a f g wie glas mit Wasser oder mit Saft irgendwas drin h wie ein Hund e wie ein egel g h i i j w wie ein egel k k die Kirsche d e wie eine Lupe c k l m m wie der Mond n n wie ein Nagel o o wie eine Orange m m m o m 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 S wie eine Spine, T wie eine Tafel, U wie eine Uhr, S wie eine Vase, W wie eine Wolke, W wie ein Xylophon, W wie ein Yard, W wie eine Zitrone, X, Y, Z oder so. Meine kleine Hälfte ist wieder da, so A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, mach hier unten. L, N, N, O, P, K, R, S, S, T, mach hier unten, O, V ist zu S, V, O, mach V, V, W, X, Warte, X und Z. Sehr schön. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, U. Bravo! So. Willst du singen? B, A, B, A, B, R, B, R, I, Jezu? B, A, B, C, D, e, S, G, H, I, J, K, L, R, R, P, Q, A, S, T, U, V, W. B, A, B, C, D, E, M, N, O, V, vài, R, R, B, S, T, U, V, V, B, X, Y, Z, U, R, R. Bravo, Melissa!